moin leute am konto turnplatz heute wieder euer torpedor und ich darf euch recht herzlich begrüßen hier und heute zu einem neuen video hier auf meinem kanal ja was war los die letzten drei tage ich kann das ganze einfach erklären ich hatte überhaupt keine lust auf fortnite ich war auch mega schlecht drauf dazu kam noch mein skaff war kaputt musste ich reparieren konnte einfach überhaupt nicht gut spielen das war halt auch alles ein ziemliches problem und ja das problem ist aber jetzt behoben worden und jetzt kann ich wieder normal alles klar lauf weg man hat in dieser stadt sowas von pech man hat in dieser stadt einfach mal pech echt jetzt es ist so man hat nur mehr pech so erst mal in der pump kann wo ist die blöde kiste man 1 ohr mehr oder über mir bin ich jetzt komplett doof ok leute auf jeden fall ja das war die erklärung warum ich in den letzten tagen kein bock mehr hatte aber ich dachte so es ist der neue krank rausgekommen und so weiter und so fort da starte ich jetzt einfach wieder ganz gechillt rein und und nehmen ein video heute für euch auf so hittgen wurde sehr sehr nahe geschossen leute hier muss wohl jemand eine grüne m4 gehabt haben oder eines gar haben vermute ich mal als ob sie keine treppe hoch gibt ich habe so hart angst ich habe so hart angst mal gucken hier ist einer irgendwo auf jeden fall hier oben oder so dann muss hier oben sein ist er denke ich auch da es war hier 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 Sorry Leute, kleine Fehl. So, ho, 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 super, klimatisch, Freunde, nicht Spaß, ich gucke zu viel Cuchito, oh mein Gott, Leute, das war echt ziemlich knapp, Medipack, bisschen komischer Start für dieses Video, aber ich würde sagen, jetzt lachen wir mal, da möchte ich jetzt keine neue Aufnahme starten und die nehme ich mir auf jeden Fall mit. So, den ersten Kill haben wir, dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal weiter. Drüben ist ein bisschen risky, da drüben ist ein bisschen risky, ne? Die Zone kommt auch, das heißt, ich warte mal hier noch, bis alle weg sind, dann kann ich mich hier rausschleichen, ich hoffe, es hat niemand die gleiche Idee wie ich. Ja, hoffentlich baut er sich hier nicht drauf, nee, ich glaube nicht, ja. Wo ist der? Alles klar, hier wird gesnipet, ey, hier wird gesnipet. Hier hat er sich rausgebaut. Hier hat er sich rausgebaut. So, das Ganze machen wir hier auch mal. Hier wird hoffentlich eh keiner mehr sein, oder? Hier wird hoffentlich eh keiner mehr sein. Versteck mich mal hier ein bisschen, weil ich gleich das Gefühl habe, dass hier jemand kommen wird, Leute. Den können wir dann schön überraschen. So, Leute. So, so. Ich höre noch einmal Schüsse von Teile zu Hause. Okay. Auf Risky gehe ich mal hier drüber. Auf Risky, Leute. So, er soll ein Kill. So. Und es wird wahrscheinlich auch die Tage noch einen Livestream geben. Da werde ich euch früh genug Bescheid sagen. 24 jetzt noch im Leben, also probieren wir einfach mal einen Sieg hier zu machen. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass hier noch welche in der Zone sind und mich dann mit einer Sniper gemein wegholen, weil ich habe da bei Tadletaus echt schon... Ich sehe ihn nicht. Ey, Mann! Alter... Ja, er hat einen Sniper. Goodbye, Life! Goodbye! Und Materialien habe ich natürlich auch nicht genug hier. So, wir sind zurück. Sieht der mich? Sieht der mich? Ja. Ja. Drüben ist er. Inputsteiner, Inputsteiner, oder? Heddy! 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 Komm! Heddy! 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 Heddy!